So lässt sich lösen, oder? Ja. Einfach mal die Pfoten baumeln lassen, hm? Ja, und noch nicht diese lästige Sendung am Abend. Ich meine, was glauben die Leute eigentlich? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann mir doch nicht jedes scheiß Problem reinziehen. Ich bin nur begrenzt belastbar. Ich muss meinen Akku auch mal aufladen, weil sonst werde ich... Hey, kannst du nicht einfach mal fünf Minuten die Fresse halten? Ich meine, ich will das hier genießen. Deine Stimme, die erinnert mich irgendwie an... Alltag, Arbeit, das Altern im Allgemeinen kurz... Oh Mann, die Sachen, die mich am Entspannen hindern. Tschuldigung. Du hast vollkommen recht. Ich muss einfach nur loslassen, zur Ruhe kommen. Fünfe gerade sein. Das hier ist doch echt wie im Paradies. Meine Rede. Oder meinst du den Swingerclub? Welcher Swingerclub? Naja, das Paradies. In Kreuzberg. Ach Quatsch, sowas gibst du dir. Ja. Das ist... Nuh, 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 Nuh.